Die Feuerwehr Hallstatt wurde um 13.15 Uhr zum Verkehrsunfall zur P4 zwischen Hallstatt und Kämmern alarmiert. Mit dem Stichwort Verkehrsunfall eingeschlemmte Person. Uns wurde vorab gemeldet, dass es sich um zwei schwer verletzte Personen handelt. Eine Person im VW Golf musste von der Feuerwehr schonend gerettet werden. Um die zweite Person kümmerte sich zunächst die Feuerwehr. Aber zu selben Zeitpunkt kam auch schon der zweite Rettungswagen vor Ort und konnte die Person dann die Betreuung übernehmen. Insgesamt waren es vier verletzte Personen, drei Rettungswagen, zwei Notärzte vor Ort, Feuerwehr und Polizei.